Hey Internet und YouTube, zurück beim Frauenbezirk. Irgendjemand hat ja Ärger. Hier hier! Was? Was war denn das von hinten? Komm her, komm her, komm her. Hier blickt was, hier blickt was. Verdammt nochmal! Komm her. Komm her, komm her. Komm her. Komm her. Geh, nimmst den Augen. Aus dem Weg. Das war Spiderman. Yes, das wollte ich machen. Ganz egal, ob der Konter hinhaut oder nicht. Das war alles, was ich wollte. Wo hast du das Messer her? King, bist du verrückt? Das ist gefährlich. Nehmen wir lieber das Rote? Wer war denn das? Sorry. Er war noch nicht tot. All right, so listen, man. I'm going back in a week or so, all right? I'll tell my boys, I got the man for them. All right. They'll want to start slow, but I'm guessing they can move as much product as you can ship. Oh, this could be huge, man. These boys got some big ideas, too. I'm talking all the legit shit their money goes into. What, man? I'm going to go somewhere. You feel me? And the feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. And the man who set that up and kept it safe, yeah, he'd have a whole river of green to deal with. Ha! Sorry. Sorry. Well, I could swing that for you. Sorry. I've still got contacts stateside who could set up the other side of things. Mm-hmm. Hell yeah. Okay, die Polizei bekommt hier absolut nichts davon. Yo, you ever work in movies, Wade? Nah, too much Bullshit. I mean, look at Sonny Wall. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money and you two can call the shots. Boah, wie komme ich denn hier raus? Das ist ja wie in aus den Powers mit der Wendung. Komm schon. Wie sollen jetzt die Polizisten hier rauskommen? Wenn ich schon nicht rauskommen. Einen Augenblick. Ja, ich muss nach rechts. Das will ich machen. Mich entschuldigen. Wir sind gleich da. So viel zum Thema Panzer. Wow, mein Gott. Okay, ab jetzt Unfallfrei. YouTube. Top. Jolette. Das ist tatsächlich das Unfall. Er ist von selber hingestürzt. Hingestürzt. Umgefallen. Springen kann. Perfekt. Auto wieder repariert. Es ist wirklich cool, dich zu treffen. Wir sehen uns rundherum. Ja, für sicher. Hoffentlich eine erste Nacht von vielen. Na dann. Sieht so, das ist das Beginn einer wunderschönen Freundschaft. Okay, Mann. Auf Wiedersehen. Da kommt immer irgendjemand und repariert das Auto für die Zwischenzugänze. Wenn es besser aussieht. Dass man so viele Punkte, da kann ich mich hier kaum festhalten. Alright. Wall Street. Die Statue zurückbringen. Okay. 1000 Meter. Ja, vielleicht ein neuen Move wäre ganz witzig. Ich nehme die Abkürzung hier rüber. Ich weiß, dass das eine Abkürzung ist. Ne. Seht ihr? Ich bin schon wieder richtig. Weil das eine Abkürzung war. Was ist denn weg? Vorsicht. Ja, ja, ja. Verdammt. 31 Sekunden. Ja, und einmal wurde... Ja, jetzt hört auf mich. Hier, Sandwich. Ich bin nicht betrunken. Da kommen nicht mal die Fässer umgeworfen. Gibt's ja nicht. Heute ist ein Freudentag. Ich muss wieder am Arsch der Welt sein, diese... Kung-Fu-Laden. Jetzt bin ich falsch. Ja, ein Problem, ich kenne Abkürzung. 700 Meter für einen Move. I hope. Es zahlt sich aus. Die Lichter, die Lichter. Okay. Okay. Ich habe eine von deinen Staturen gefunden. The Rooster. Good, good. How are you doing? I'm fine. The past, I mean. Your past. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it. Even if you ask it of yourself. What are you, a Zen Master now? Of course. Didn't you know? What would you like to learn? I don't know. Let's, what? Angriffsschlag. Angriff nach einem Tackling. Ja, dann nehme ich das Einzige, was ich nehmen kann. Space F und Ding. Ja, das würde ich so viele Tasten auf einmal drücken können. Okay, gib her. Space F. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Beides gleichzeitig? Ich versteh das nicht. Ich halte doch Space. Ich halte Space. Sollte echt. Was willst du denn von mir? Sag mal, ich drück doch Space. Space, F. Space, F. Space. Jesus Christ. Aha. Space, F. Space, F. Hm, warte. Space, F. Oh, sag mal, das ist ja peinlich. Das ist ja zum Kotzen. Space, F. Haben wir es jetzt. Wie oft denn noch? Boah, ich kann nicht blocken, weil du daneben schlägst. Das finde ich echt super. Wow, roundhouse. Fast. Bis auf round und house. Space, F. Ich hab's doch. Ach, lass. Lass mich doch. Ich weiß schon, warum ich nicht mehr als zwei, eine Taste benutze. Ich brauch wieder die alten Spiele mit A. Für springen, B, für schießen und Steuerkreuz hier. Passt schon. Oder war A schießen? Nee, aber springen immer, oder? Okay. What do I have to do? Schnelle Mädchen. Haha, I see. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.